Die Schule ist aus, die Zukunft fängt an. Meine Kollegen, die haben gefeiert, sind bereit gewesen, um durchzustarten. Nur ich bin vor dem Neuen gestanden. Ich hatte Schmerzen, die niemand verstanden hat, und Panik vor all diesen Veränderungen. Ich war gefangen in mir selber. Wieder Kraft zu gewinnen, war ein grosser Kraftakt. Ich bin immer wieder gestolpert. Aber ich habe mich gefangen, habe meine Zukunft angepackt. Bei Textilart von Noveos habe ich eine Lehre angefangen. Da fühle ich mich wohl und ich kann viel lernen. Meine Vorgesetzte nimmt sich Zeit für mich, und sie versteht mich. Und wenn meine Schmerzen mal wieder kaum auszuhalten sind, ist man da für mich. So habe ich endlich den Mut gefunden, ich selber zu sein. Manchmal muss man eben ausbrechen, kreativ sein, etwas wagen, um weiterzukommen. Mein Weg fängt gerade erst an, und ich bin endlich bereit. Jetzt möchte ich nur noch eins. Freude haben am Leben. Ich bin immer wieder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020